Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Lebt sie getrennt von Brian Austin Green? Shana klärt auf. Beziehen Brian Austin Green, 48, und Shana Burgess, 36, kein gemeinsames Eigenheim? Für den Ex von Megan Fox, 36, und seine Liebste könnte es momentan nicht besser laufen. Anfang 2021 haben sich die zwei Turteltauben erstmals mit einem niedlichen Kussfoto öffentlich zusammengezeigt. Momentan freut sich das Paar über seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs, der 912 Star und die Dancing with the Stars Dancerin werden Eltern eines Sohnes. Nun kamen aber Gerüchte auf, dass Brian und Shana gar nicht zusammen wohnen, ist da etwas dran? Nachdem Shana auf ihrem Instagram-Account verraten hatte, dass sie ein neues Haus kaufen möchte, musste die werdende Mama so einiges klarstellen.